Hallo Matthias, wie gefällt es dir hier? Mir gefällt es dir total gut. Das Hotel ist super, super schön. Ist wirklich wie so ein griechischer Palast, wie so ein Archileon aufgebaut. Und das Essen ist total lecker. Und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach unten auf Gefällt mir drücken. Wir zeigen euch hier die ganze Anlage, zeigen euch die anderen Crackhotels. Wir zeigen euch auch hier den Robinson Club. Nichts, wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach unter www.vipreisen.de schauen. Oder hier unten auf Gefällt mir drücken. Bis später.